So funktioniert ein teilintegriertes Wohnmobil. Heute eine kleine Einweisung mit Alex. Grüß dich Alex. Hallo Sven. Thema Heizung. Meistens ist Truma verbaut. Die macht Warmwasser und Heizung. Genau, bei unseren Fahrzeugen funktioniert das ausschließlich über Gas. Es wird aber allerdings auch Strom benötigt, dass die Heizung auch anspringt. Heute zeigen wir mal die Bedienung von dem Bedienfeld. In vielen eurer Heizungen ist das analoge Bedienfeld mit drin. Da kann man sehr einfach an zwei Reglern einstellen. Das warme Wasser, ob warmes Wasser gemacht wird, ob die Heizung geht und wie heiß es sein soll. Genau, also Idrosco verbaut immer das analoge System. Dazu haben wir an der Seite hier einmal diese Nase. Aktuell befindet sie sich auf der Nullstellung. Das heißt, die Heizung ist komplett aus. Wenn ich jetzt den äußeren Ring eins nach oben stelle, habe ich einmal 40 Grad Warmwasser. Dann springt da automatisch das grüne Licht an und auf der linken Seite geht einmal die orange Kontrollleuchte an. Sobald die er liegt, hat die Heizung auch 40 Grad erreicht und ich kann es ganz normal nutzen. Das Ganze wird mit Gas befüllt. Das werden wir gleich mal in einem extra Video zeigen, wie geht man mit Gasflaschen um. Der hat zwei Regelmöglichkeiten. Das heißt also am äußeren Ring, wenn du mir den noch mal kurz zeigst, da regele ich quasi die Funktion. Also oben ist praktisch nur heißes Wasser, 40 oder 60 Grad und unten ist beides. Genau, oben habe ich wie gesagt 40 oder 60 Grad. Eins nach unten gedreht auf die Gasflamme, habe ich nur Heizung und da kommt auch der innere Drehkranz ins Spiel. Da kann ich dann die Temperatur variieren von Stufe 5 bis Stufe 1, wie man es zu Hause kennt. Direkt daneben ist der Temperaturfühler. Genau, der sitzt einmal hier für die Innentemperatur zu messen. So ist es. Das heißt, wenn es zu warm ist, einfach ein bisschen runterdrehen. Ja, ganz großes Thema ist natürlich der Kamin. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Da gibt es nämlich ein Fenster. Wenn das geöffnet ist und direkt unter dem Kamin kann es passieren, dass die Abgase reingehen, das können wir vielleicht mal kurz von außen zeigen. Wo kommt das Abgas raus, wenn du mal kurz vorgehst? Auf der anderen Seite einmal. Da wird nämlich die Frischluft angesogen und gleichzeitig das Abgas ausgestoßen. Und je nach Fahrzeug ist das entweder komplett frei. Das ist hier der Fall. Das kommt hier raus. Genau, also hier wird einmal von unten die Frischluft angesaugt und von oben die verbrauchte Luft ausgestoßen. Genau, und jetzt kann es nämlich sein, dass im Winter und es ist windstill, dass genau das Fenster, wenn das jetzt geöffnet ist, dass da eventuell Abgase reinkommen. Und ja, da sollte man vielleicht ein bisschen darauf achten. Es gibt je nach Fahrzeugtyp sogar einen Sensor, der es automatisch abschaltet. Also wenn die Heizung mal nicht geht, gucken, ob das Fenster zu ist, oder? Genau, das auf jeden Fall. So, dann gehen wir noch mal kurz rein. Es gibt nämlich noch was ganz Besonderes. Es gibt einen Frostwächter. Wenn man nämlich im Winter unterwegs ist, kann es passieren, dass man unter 0 Grad kommt. Und dann gibt es ab 4 Grad die Funktion, die automatisch das komplette Wasser im Fahrzeug ablässt. Ja, und das sollte man wissen, wo der ist und wie der funktioniert. Genau, bei diesem Modell befindet sich der Frostschutzwächter hinten im Bett auf der Fahrerseite. Dazu öffnet man einfach diese Klappe. Der Frostschutzwächter ist dieses Gerät. Das Blaue mit dem blauen Kopf? Genau. Wenn dieses Gerät eine Temperatur von unter 4 Grad wahrnimmt, öffnet das sich automatisch. Das heißt, einmal der Boiler und einmal der Frischwassertank läuft automatisch leer, dass eben keine Schlauchleitung platzen kann. Genau, das sollte man überprüfen. Das heißt, es kann sein, wenn der natürlich eingeschaltet ist, da kann man noch so viel Wasser reinmachen. Es läuft immer wieder raus. Genau. Um den Frostschutzwächter wieder zu schließen, schaltet man einfach die Heizung an. Das dauert natürlich etwas bis an dem Frostschutzwächter auch, bis es wärmer als 4, 5 Grad ist. Und dann dreht man einfach hier oben den Heber, den Schieber wieder in die waagerechte Position und drückt einmal hier unten auf den blauen Knopf. Okay, das ist wie so eine Art Sicherung, die ich dann drin habe. Ja, vielen Dank.